Ja, und am Sonntag, dem Tag 2 des zweiten Spieltagwochenendes in der ersten Bundesliga, ging es direkt weiter. Für die Damen von Blau-Weiß nach der 0-5-Pleite vom Vortag gegen die Zehlendorfer Westen, wollte Mann, oder besser gesagt Frau, sich heute ausgerechnet gegen die bisher ungeschlagenen Favoritinnen vom Berliner AC durchsetzen. Die Partie stark, immer wieder schöne Offensivaktionen auf beiden Seiten, doch Blau-Weiß war ein Drücker. Wir haben das in der ersten Halbzeit wahnsinnig gut gemacht, haben super schöne Angriffe gefahren, haben gute Kombinationen gespielt, sind sogar mit 2 zu 0 in Führung gegangen. Das erste Tor fiel dann in der zehnten Minute, nach schönem Kombinationsspiel durch Svenja Liebig, die hier ihr zweites Saisontor verbuchen kann. Blau-Weiß lässt nicht locker. In der 19. Minute ist es dann eine Strafecke, welche die Kapitäne nutzt, um die Führung auf 2 zu 0 zu erhöhen. BHC hat dann kurz vor der Halbzeit das 2 zu 1 geschossen, trotzdem konnten wir mit einer Halbzeitführung in die Pause gehen. Haben uns dann weiter heiß gemacht, sind gut gestartet. BHC hat dann zur Halbzeit den Torwart rausgenommen, haben sozusagen permanent in Überzahl gespielt. Die Zeit konnten sie gut nutzen, um viel Druck auf uns auszuüben. Wir haben uns wahnsinnig gut dagegen gesträubt, hatten natürlich auch viel Glück mit 2 Doppelfosten-Schüssen von BHC. Hatten allerdings auch selber die Chance, hier noch ein paar Tore zu schießen, das haben wir leider nicht genutzt. Die Gäste nun im Überzahlspiel sehr stark, mit vielen Torchancen. In der 51. Minute ist es dann soweit. Sie erzielen das 2 zu 2, den Ausgleich durch die Nummer 19, Anke Grünberg. Kurze Zeit später, in der 53. Minute, gibt es dann sogar noch das 2 zu 3, das Siegtor für den BHC. So geht es am Ende 2 zu 3 aus, das ist eine bittere Niederlage für uns, aber wir gehen hier erhoben in Hauptes aus dem Spiel und freuen uns auf die weiteren. Bis zum nächsten Mal.